Musik Da sind die letzten drei auf dem Hügel dort. Ich hab sie was. Ach du liebes Witzchen. Nimm einfach den Sauger. Wir sind durch, Blumenkens. Kurs am Traumquartier nehmen. Alles klar, Boss. Wieder eine prächtige Ernteslag. Meinen Glückwunsch. Prächtige Ernte? Das sind doch nur Haut und Knochen. Wie soll ich da meine Proteinquote vernünftig erfüllen? Kein Wunder, dass Sie Orion Bergers bester Proteinsammler sind. Immer sind Sie um Ihre Quoten besorgt. Kommen Sie. Vielleicht wird Ihr nächster Einsatz ertragreicher für Sie. Der Planet wird Erde genannt. Nach ersten Untersuchungen eignet er sich wohl zur Ernte. Und das wird Ihr Testexemplar. Schauen Sie doch nur. In dem Winzlingsschädel kann gar kein richtiges Gehirn stecken. Es wäre reine Zeitverschwendung, dieses Wesen auf Intelligenz zu prüfen. Schon, aber ein paar neugierige Aktivisten für Alienrechte haben herumgestöbert und beschuldigen uns, intelligente Lebewesen zu ernten. Oh, aber gerade die Intelligenten machen unsere Hamburger doch so schmackhaft. Das weiß ich, Slark. Aber solange wir ständig beobachtet werden, dürfen wir uns einfach nicht beim Ernten intelligenter Wesen erwischen lassen. Das Exemplar von der Erde muss getestet werden. Ach, na schön. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Erdling mit Pauken und Trompeten durchfallen wird. Hey, hey, hey. Eine reiche Ernte, Slagilein. Ha, 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 ha. Ich mag den Jungen. Blöde Spielverderber, die Aktivisten. Wie? Immer noch beim Ausladen? Blubi! Warum haben wir noch nicht fertig entladen? Es gab eine kleine Verzögerung. Ein Dicker ist in der Proteintransferröhre festge... Also, dann lass uns den Fleischkernen Bewegung setzen. Auf uns wartet ein neuer Job. Ich bin in meinem Quartier und werte die Aufklärungsdaten aus. Bis wir zur Erde kommen, will ich ungestört bleiben. Flumex! Tut mir leid, Bosse. Gangen rausgerutscht. Ich bin in meinem Quartier. 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 Vielen Dank.